Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Digital Punks, dem Musik-NFT-Podcast. Deine WhatsApp-Destination zum Thema Musik-NFTs und Web3 mit Chris und Lukas. Chris, let's go. Was haben wir für Topics? 170 NFT-Marktplätze auf einer Plattform, das verspricht OpenSea Pro. Wir schauen uns das einmal an. ProApps, die sind ab sofort nicht mehr kostenlos für kommerzielle Zwecke. Jack Daniels, die möchte die Gen Z in ihrer Music-NFT-AR-Experience begeistern. Und wir haben noch ein paar Artist-Drops mitgebracht von SpottyWiFi, Emma Miller und Lousy. Let's go. Let's go. Wir starten mit OpenSea Pro. Die versprechen 170 NFT-Marktplätze in einer einzigen Plattform. Und zwar haben die im April 2022 den Aggregator gem.xyz übernommen. Und dank der Übernahme konnte OpenSea jetzt die Plattform von Gem weiterentwickeln, verbessern. Mit dem gleichen Team auch tatsächlich, um ein neues OpenSea Pro zu schaffen. OpenSea Pro ist ein NFT-Marktplatz-Aggregator, wie gesagt, der speziell für Käufer und Verkäufer mit hohem Volumen entwickelt wurde. Wenn man OpenSea Pro verwendet, kann man Angebote von über 170 NFT-Marktplätzen, natürlich einschließlich OpenSea, durchsuchen und darüber NFTs kaufen. OpenSea hat in den letzten Monaten Teil seiner Kunden an den Konkurrenten Blur verloren. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Und die haben im Februar diesen Jahres eine 0 und dann 0,5% Fees quasi eingeführt. Vorher waren es 2,5% immer, um User zurückzugewinnen, da der Wettbewerb mit Blur halt immer weiter zunimmt. Dazu die Frage, warum sollte ich als User einen Marktplatz-Aggregator nutzen, könnte man sich jetzt fragen. Und Marktplatz-Aggregatoren sind für User praktisch, weil sie den Zugang zu mehreren Marktplätzen und deren NFTs über eine einzige Plattform, in dem Fall dann OpenSea Pro, ermöglichen. Das bedeutet, dass die User die NFTs und ihre jeweiligen Preise auf verschiedenen Marktplätzen vergleichen können, was sehr viel Zeit und Mühe spart, weil man halt alles auf einer Plattform hat. Außerdem bieten die Aggregatoren dann oft erweiterte Funktionen wie Such-, Filter-, Sortieroptionen, die es dann den Usern erleichtern, genau das zu finden, was sie halt auch suchen. Das macht es zum einen leichter. Viele der Aggregatoren sind aber auch vom User-Interface her eher was für erfahrene User, also für die fortgeschrittenen Trader dann auch tatsächlich an der Stelle. So, dann haben wir noch eine News mitgebracht. Pro-Ups, die sind ab sofort leider nicht mehr kostenlos, wenn es sich um einen kommerziellen Zweck handelt. So, damit endet es so ein bisschen, dadurch, dass es jetzt nicht mehr kostenlos ist, die jahrelange Vorgehensweise allen Nutzern wirklich unbegrenztes Pro-Up-Menting zur Verfügung zu stellen. Kurz zu Pro-Up, wer es nicht kennt, ist eine Ethereum-basierte App, die es verhandelt dann ermöglicht, Proof of Attendance, also dass ich bei einem Event oder einer Veranstaltung da war, in Form von NFTs auszugeben. Zum Beispiel, wenn du, Lukas, du gehst jetzt zu einer Konferenz und es triffst jemanden, kannst du es so wie eine digitale Visitenkarte einfach ausgeben. Als Erinnerungsstück. Künstler nutzen das auch als so Reward-Mechanismus bereits. Wichtig an der Stelle zu beachten noch ist, wenn du es für den persönlichen Gebrauch nutzt, dann wird es weiterhin kostenlos sein. Unternehmen und Einzelpersonen, die Pro-Ups bei kommerziellen Veranstaltungen verteilen wollen, müssen jedoch ab dem 17. April möglicherweise dann Gebühren für die jeweilige Anzahl der von ihnen ausgegebenen Pro-Ups entrichten. Pro-Up hat im vergangenen Jahr eine Seed-Runde in Höhe von 10 Millionen Dollar bekommen. Das heißt, sie sind für die Zukunft gut aufgestellt. Das Modell hat wirklich Zukunft und wird weltweit umfangreich bereits auch von vielen verwendet, als Loyalty-Instrument, auch von Musikern zum Beispiel. Ihr könnt euch jetzt schon mal auf unser Interview mit Alex Silibian vom NAVARC Kollekte freuen. Sie nutzen auch Pro-Ups und Fans früh im Prozess für Engagement mit ihren Künstlern, die sie haben auf dem Label zu rewarden und auch Neulingen, die jetzt in dem Bereich sind, so ein bisschen dieses digitale Kollekten auch schmackhaft zu machen. Hier an der Stelle nochmal Informationen in eigener Sache. Leider wurde uns unser letzter Pro-Up, ihr habt das vielleicht auch schon mitbekommen, abgelehnt. Und uns wurde jetzt mitgeteilt, dass wir keine Pro-Ups mehr herausgeben können in dieser Art und Weise. Das gilt nur für Live-Podcasts. Wir werden uns in den nächsten Wochen damit nochmal beschäftigen und uns was anderes überlegen. Diejenigen, die bereits den Pro-Up geclaimt haben, behaltet diese bitte bei euch, da kommt noch was. Also wir überlegen uns da was. Jack Daniels möchte die Gen Z mit ihrer Music-NFT-AR-Experience begeistern. Okay, was bedeutet das? Ein krasser Satz. Jack Daniels und Yahoo Creative Studios, die haben sich zusammengetan, um eine NFT-Kampagne in Australien aufzusetzen. Und da verbinden sie AR, also Augmented Reality und Music-NFTs von australischen Bands, um dann Geschenkgutscheine, Coupons oder einen Ausflug zu einer Jack Daniels-Distillerie zu verlosen. Als User, ähnlich wie bei Pokémon Go, wird man dann dazu aufgefordert, seine Umgebung zu erkunden, AR-Kisten zu finden. Also keine Pokémon, sondern hier die Kisten dann an der Stelle und da gibt es dann Belohnungen drin. Sobald man so eine Kiste einsammelt, erhält man dann ein Digital Collectible, aka NFT, das in einer von Jack Daniels selber erstellten Wallet gespeichert ist. Die Collectibles, die schalten dann exklusive Inhalte frei, zum Beispiel Beyond the Scenes-Videos, Songs und vieles mehr. Als Teil der Kampagne hat sich Jack Daniels einige australische Bands wie Winston Surfshirt, Stand Atlantic, coole Band, Psychedelic Porn Crumpets und viele weitere ins Boot geholt. Geile Namen. Die NFTs, die werden auf Polygon gemintet und können so auch leicht auf Bekanntmarktplätzen wie OpenSea verkauft werden. Also hier an der Stelle wieder mal eine Brand, die auf Polygon setzt. Haben wir ja schon öfter gesehen. Die Kampagne zielt laut ihnen darauf ab, den Reiz von physischen Music-Releases wiederzubeleben, um eine persönliche Verbindung zur Musik für jüngere Generationen zu schaffen. Also wirklich dieses Collectors-Mindset auch in der Gen Z zu wecken, was der ein oder andere Vinyl-Liebhaber ja nur zu gut kennt. Ja, dann haben wir noch ein paar Artist-Drops heute mitgebracht und wir starten dieses Mal mit Spotty Wi-Fi. Der hat eine Single rausgebracht, nennt sich Drink Ain't Free, ist eine 500er Edition. Drink Ain't Free, der ist auf seinem zweiten Album The Kings Alpha drauf, welches am 28. April erscheinen soll. Der Song wurde übrigens von Timbaland in seinem Tim-Bowland, auch ein schöner Name, gemischt. Der Song-NFT ist ein kostenloser Drop für alle Wallets, die am 31. März einen NFT aus einer der folgenden Kollektionen haben. Also schaut mal kurz in eure Wallet, vielleicht versteckt sich einer dort und ihr könnt eventuell hier ein freies NFT-Claim. Also dazu gehören I'm Spotty bei Spotty Wi-Fi, Little Prince Volume 1 bei Alan King und alle seine anderen Sound XYZ-Drops sowie Alec King und Spotty Wi-Fi. Übrigens, wer sammelbegeistert ist, es gibt fünf Song-NFTs aus dem Album The Kings Alpha, die man sammeln kann, um eine kostenlose physische Vinylplatte des Albums zu erhalten. Drink Ain't Free ist einer dieser fünf. Es gibt dann noch All Time High und Full Set, die sind auf dem Secondary und Believers und By The Dips, die erscheinen demnächst. Nice. Als nächsten Drop haben wir Emma Miller mit Artifacts dabei. Die schottische Singer-Songwriterin Emma Miller, die hat diese Woche eine neue Music-NFT-Collection mit dem Namen Artifacts rausgebracht. Damit ist Artifacts die größte Music-NFT-Collection einer Künstlerin aus UK bisher. Nice, Glückwunsch an der Stelle. Man konnte in drei verschiedenen Phasen minden. Die letzte ist auch noch offen. Auf emmermeller.xyz kann man noch für 0,05 ETH sich selber so ein NFT zulegen. Könnt ihr nachschauen. No Financial Advice an der Stelle, aber wenn euch das interessiert, checkt das mal aus. Wenn ihr einen dieser NFTs besitzt, dann erhaltet ihr Zugang zu regelmäßigen Livestreams von Emma, Zugang zu zukünftigen Allow-Lists und Artifacts schaltet viele verschiedene Utilities frei, je nachdem, welche NFTs man besitzt dann. Unter anderem gehört dazu ein Songwriting-Workshop, Zugang zu Vinyl oder Merch, handgeschriebene Texte, eigene Songs, private Online-Konzerte, Council-Membership, whatever that means, und natürlich die Musik an sich. Die Owner, die können die Musik dann für nicht kommerzielle Zwecke auch nutzen. So, dann haben wir noch eine bei, und zwar Losey mit Chains. Ist eine Open Edition. Die kam am 5. April heraus. Und Losey ist eine Sängerin, die in Philadelphia lebt. Im letzten Jahr, also die ist kein Neuling in dem Space, hat letztes Jahr schon ihre erste Collection herausgebracht namens Breakthrough mit dem Song Broken. Und der Song Chains hat wirklich eine diepe Nachricht dahinter. Sie erzählt ihre bewegende Geschichte über psychische Belastbarkeit und Kampf gegen eine Essstörung, unter der sie auch gelitten hat. Sie hat sich als Teenager fühlte sich durch die Diagnose ein bisschen überfordert, doch fand schließlich dann den Mut, sich dieser Herausforderung zu stellen. Der Song soll anderen auch so ein bisschen Hoffnung geben, sich von innerlichen Einschränkungen, die man hat, zu befreien und sich von diesem Fesseln des Verstandes. Wie gesagt, am 5. April ist als Open Edition auf Sound veröffentlicht worden. Ist noch für ein paar Tage da, falls jemand Interesse hat. Unter anderem, auch interessant, kann man einen Dinner mit Losey bei NFT NYC gewinnen, sowie eine unterzeichnete Chains-Vinyl-Plakette. Nice. Was ich interessant finde, ist, für unsere regelmäßigen Zuhörer, die bei den Drops vielleicht gemerkt haben, viele der Künstler nutzen wirklich NFTs, um ihre Story auch zu erzählen. Und ich finde auch, das ist einer der krassesten Benefits, die es hier gibt an der Stelle. Speaking of NFT NYC aber, man kann ja das Dinner bei ihr gewinnen. Wir beide, Chris und ich, sind ab Montag in New York, auch für die NFT NYC. Wir sind da beide als Speaker, machen einen Talk zu Music-NFTs jeweils. Und ja, wir werden da auch jede Menge Leute aus der Szene, Musiker, Branchenleute treffen. Und wir werden auf jeden Fall auch ein Special aus New York machen, wo wir euch dann so ein bisschen Insights geben von der Konferenz. Vielleicht können wir das ein oder andere Vor-Ort-Interview auch mitbringen. Mal schauen. Wie gesagt, wir freuen uns mega drauf. Ansonsten war es es schon wieder für den Newsflash. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Falls die neue Folge nicht ganz regulär am Sonntag rauskommt, verzeiht es uns, falls das aus New York nicht ganz pünktlich funktionieren sollte. Wir werden es aber auf jeden Fall nachliefern. Ja, wir geben uns das Bestes. Dann ein schönes Wochenende, schöne Ostern, ne? Genau. Schöne Ostertage und für alle, die es feiern. Und ja, habt eine gute Zeit. Bis bald.